Götz von Berlichingen! Es ist mein Wald. Niemand tut hier was ohne meine Erlaubnis. Ihr seid ein Räuber. Niemand wird überleben. Niemals! Kommt ihr niemals in die Quere, weder bei Götz noch sonst jemand. Zeigt eurem Herrn, er soll mich im Arsch legen! Hört ihn! Götz von Berlichingen. Am 4. Dezember.